Irgendwas, das ich komplett übersehe. Ah, okay. Okay. Okay, okay, okay. Lass mich mal, lass mich da rauf. Ich glaube, ich muss da rauf. Okay, dann werden wir speichern. Ach, Gott. Das ist ein beschissener Sprung. Danke. Verdammt, ich hab ihn verpasst. Was ist? Das ist einfacher. Ähm, was ist das hier? Das ist das, das ist das, was ich verpasst. Nichts. Hallo? Oh, der Teil. Ah, der Teil. Was ist hier noch? Auf. Okay. Lass sofort an Speichern. Ja. Denn wir lieben ja unser First-Person-Platforming. Mit Gegnern. Oh, verdammt. Okay, aber dafür brauche ich ja nicht nur eine Knalle. Ach Gott. Okay, ich sollte. Ich sollte springen. Und nicht. Auf die Hack-Crabber. Die Energie ist mir egal, ehrlich gesagt. Nein. Nein. Was ist das? Noch hier. Okay, man. Danke. Okay, keiner mehr da. Mach auf! Ja. Top mir light. God Freeman. Unfortunately, so has the military. That suit of yours is full of tracking devices. Still, it's better than going naked in this place. It's cold in there, so you'll have to hurry. It could sap your suit power in a matter of moments. If you're bent on reaching the Lambda complex, then you'll want to keep to the older industrial areas where the security system is full of holes. It's worked for me, so far. scheiße ist es kalt wie überleben die herr krebs ja abgelehnt die herr krebs sind mir egal meine knarre meine brechstange danke sieht sauber aus rauf ja ok ok was passiert hier ok ok nicht leben ok wartet wartet aliens sind dumm sie werden kaum boom boom aliens sind wirklich dumm und wirklich wie könnte die uns übernehmen mit die und die der die die Oh. Ich habe ein Messer für dich. Make sure you don't... Was zur Hölle? Ich war's nicht! Oh. Ninja. Hier Ninja 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 Ninja. Ich habe keine Muniz mehr. Ich habe fast keine Muniz mehr. Okay. Oh. Ich mag er hier jetzt schon nicht. Hier Ninja Ninja Ninja. Was macht der? Okay. Sie sind schnell. Ziemlich dämlich. Hier Ninja Ninja Ninja. Oh. Ich habe Zeit. Sehr subtil. Oh. Wartet. Was macht der? Hui. Hui. Wo ist er? Was machen sie? Okay. Ich meine sie greifen nicht wirklich an. Ist hier noch einer? Warte. Was sieht so aus, was wird... Oh wow. Keine Laster. Okay. Sie sind lästig. Das muss ich zugeben. Sie strahlen eine gewisse Lästigkeit aus. Lass mich... Lass mich... Ernsthaft? Okay. Was ist hier? Was hat etwas gemacht? Ich weiß nur nicht was. Haben wir noch mehr Ninja... Was zur Hölle? Was ist mir das? Hä? Einfach verpasst? Das habe ich gewusst, dass sich das nicht ausgeht. Was zur Hölle gehe ich lang? Hallo? Oh, Schatten. Ah, okay. Das war richtig. Hi. Ich werde euch alle umbringen. Wo in der Hölle haben wir diesen Freeman-Gueil eigentlich? Wie viel ist das? Wie viel ist das? Was ist das für? Wir haben ihn geklärt. Wir sollten ihn töten. Was, wenn sie das Körper machen? Der Körper. Welcher Körper? Oh, Schatten. Ich liebe es zu lachen. Okay. Okay. Das war schön. Ja, danke. Ich habe mir nur eine Waffe abgenommen, nicht? Ja. Okay. Okay. Lass mich mal hier rauf. 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 Ich hänge fest. Ich hänge fest. Ich hänge fest. Ach, Leute. Leute, 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 Leute. Leute, 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 ich hänge fest. Das ist nicht gut, wenn ich festhänge. Das ist echt nicht gut, wenn ich festhänge. So. Das ist ein netter Effekt. Ich glaube, ich muss, ich weiß nicht, wohin ich muss, ehrlich gesagt. Au. Ich glaube, ich muss... Nein. Nein. Ähm. Was ich dann hin? Au. Ich hänge... Gott, verdammt. Äh, muss ich hier rauf. Ui. Nein. Oh. Da sind wir. Okay. Crowbar. Ah. Okay. Verdammt. Ja, das war klar. Okay, zu viel, dem ich einen Schaden genommen. Äh. Aber machen wir es noch. Na komm. Ich hänge. Ich hänge. Ja, okay, passt. Okay, das heißt... Da kann ich so... Hier runter. Hier hoch. Ich muss wahrscheinlich warten. Hui. Ich muss warten. Warten wir. Hier. Okay. Danke. Ich könnte wahrscheinlich einfach reinhüpfen, oder? Ja. Wirklich. 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 Okay, das war's, Pause! Ich bin deine Mental Horse, vielen Dank für's Zusehen, bis zum nächsten Mal, ciao!